Hallo, das ist die Donnie. Ich bin hier am Bremer Marktplatz, wo zum Thema Homophobie heute ist ja der 17.05. Und jede größte Stadt hat eine Aktion gestartet, genauso wie Bremen auch. Und zwar ist heute Samsex Head Holding in Bremen, das heißt Gleichgeschlechtliche, die sich an der Hand fassen, um gegen Homophobie ein Zeichen zu setzen. Wir wollen jetzt aktiv ein Zeichen setzen, denn Menschenrechte gelten für alle. Dies gilt auch für Homo, Bi, Inter und Transsexuelle. Und die Bundesregierung sollte sich endlich daher dafür einsetzen. So, wir bilden jetzt gleichgeschichtliche Pärchen. Das Samsex Hand Holding kann jetzt beginnen. Macht mit und zeigt deutlich, Homophobie hat nirgends einen Platz. Los geht's, los geht's. Und die Band Coffee wird uns dabei musikalisch begleiten. Ich freue mich. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Flaming hot pink bouquet New rainbow Milky Way Come out and play Another gay, another gay, another gay sunshine day Another gay, another gay, another gay sunshine day Chickens will dance with bears Rolls, prints and walk on air Reach out and take me there Come out and play Another gay, another gay, another gay sunshine day 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 New sun's rising New days are coming Darkness breaking Let's get the planet quicken It's our bubble Legs are flip-flopping Booty is shaking Let's get the planet quicken It's alright, it's okay Another gay sunshine day 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 Untertitelung des ZDF, 2020